Schlufe essen? Ja, hier. Ist gut. Es hat länger Brauch zum Abfahren. Hey und herzlich willkommen zur siebten Folge von Baro Fight. Und heute mit mir als Co-Moderator. Und wir schlägen direkt los. Ja. Soll ich da auch schon wegschmeißen? Wegschmeißen geht nämlich schon. Ja. Ähm. Ok, jetzt habe ich gar keinen Kabelstand überlassen. Fuck this second. Wegschmeißen. Also jetzt habe ich schon weg. Ja, wurscht, gehen wir mal zurück. Ist da zurück? Nein, da ist noch zurück. Haha. Nein. Ja, also wurscht. Ich habe es eh zu. Kabelstand wegschmissen. Ich habe gar keinen mehr gehört. Da ist zu. Also nehmen wir mal das Knochen mal. Ok, essen wir eine Verstärkung bringen, was ich will. Mhm. Ist mal zu? Ist mal zu. Ja. Das geht natürlich nicht. Nein. So für Brote. Okay, das mal fehlt. Wow. Ich will noch mehr anwenden, sehe ich schon. Ja. Achso, ich habe nicht. Achso, da gibt es keine Seen jetzt. Oh, da liegen die gerade am Boden. Die liegen auch am Boden. Dic, 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 dic. Ja, schon wieder. Hä? Habe ich kann es mehr. Keine Seen jetzt kriegt. Ah, da liegt das Fahrrad zu unserer Ecke. Oh, da fack. Oh, da fack. Geil mal, ich kann es mehr. Mhm. Und fertig. Ups. Ja, dann reist du aus dem Leben. Ja. Aber ich baue wieder an. Lass es anbaut. Vielleicht kommst du mal irgendwann. Vielleicht komm ich mal wieder. Aber das nehme ich mit. Ja. So, nein. Die Seen kannst es. Wo es weg werden. Ja, sicher. Doch hab ich es als Engels nicht brauche. Das brauche ich nicht. 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 Dann, ok. Schauen wir mal. Du den Hawarden kaufst da. Da bist du brauche ich nicht. Stag David da oben. Stag David da oben. Stag David da oben. Oh, da ist die Repplung. Karotte. Du kriegst noch mal als zwei essen von einer Karotte. Echt? Mhm. Okay. Jo, jetzt bauen wir uns mal Dierschwert. Mhm. Dann kann ich das auch weg sprechen. Willst du es verzauern? Ja, sicher. Dann verzauern wir diesen Schnurren. Tak. Da brauchen wir uns scheine Kalabies dazu. Ähm, das erste wie die Garten. Schatten ist nice. Ja, nice. Ähm, dann machen wir es wieder auf. Um. Brauche ich noch die Insel. Da darf ich weiter gehen. Weiter gehen. Weiter gehen. Oder... Das kommt ja zum Beideln. Schauen wir mal. Da ausgespielt. So. Und jetzt weiter. Weitere. Strip-Marner. Jetzt kommen wir gerade ziemlich frülle. Ich hoffe nicht in reiner Nähe. Immerhin kennen ja die Folgen geschaut haben. Ja. Ja. Ich sage, ich gehe noch vor und nach rechts eher diesmal. Mhm. Und ich warte zu. Wieseln. Egal. Ich hier auch wenigstens, was wir kommen. Mhm. Hey, das wäre gar nicht so schlecht für Flynn. Ja. Für Pfeile. Ja. Ich soll mich schneller hacken. Äh, Tinkrafen. Ja. Dann bin ich fünfmal schneller unterwegs. Und die erste steht schon. Ich verschaffe es heute. Mhm. Ja. Also das kann der andere Weg haben. Hacker. Ein Flink. Flink, 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 Flink. Noch ein Flink. Und immer schön brav am Sneaken, damit mich keiner sieht. Schau mal ein bisschen, ob sie irgendwann nochmal sieht. Ist ich so in der Ferne kam die Zeit. Ist ich auch kam. Warte mal. Ich trage auch kurz um, damit man die andere Richtung auch noch schauen kann. Mhm. Oder bei der Bergabschirm. Oder bei der Bergabschirm. No, sie kam. Okay. Ich war in der Richtung auch wirklich. Normalerweise, wenn sie deine Folgen gesehen haben. Ja. Wissen sie, dass du so drei Folgen in der Höhle bist? Ja. Wissen sie, dass du so drei Folgen in der Höhle bist? Ja. Drei Folgen schon da, ja. Aber sie müssten auch wissen, wie sie herkommen. Ich bin ziemlich komplizid hergegangen. Ja, das stimmt. Da wiederum. Sie müssten jetzt ziemlich gut nachgehen. Ja. Aber wie gut. Und die Koordinaten wissen sie normalerweise auch. Nein, normalerweise nicht. Aber ich muss immer, warum nachgehen wir so viele Leute zu joinen. Es ist zwar, dass es der Fanbase. Der Fanbase. Der ausgespielt sucht, bestimmt. Ja. So, jetzt haben wir jetzt ziemlich viele Dinge. Ähm. Schauen wir uns, können wir schon den craften, oder? Ja. Hä? Wie machen wir das? So? Hä? Müsstest du das nicht eh so gehen? Nein, nein. Okay, Amazon. Die Spitze ist vorne. Okay, nein, er hat mal nicht so weg. Ja, das passt ja. Die Höhle kann wegschmeißen. Ja, das passt ja mal. Ich hab noch gar keinen Bogen, aber ich soll den schon craften. Der ist halt. Der liegt halt nur mit dem da bis jetzt. Ja, das stimmt. Vielleicht kriegst du irgendwann ab vom Skelett. Ja. Soll ich schauen, ob ich Stufe Ralf bin, oder ist das eben so schlimm? Stufe Eben? Ja, ja. Ich hab's gewusst. Es hat länger gebraucht zum Abbauen. Ja, also. Ja, dass ich so ein Glick immer mit Silo Fischer in der Zeit habe. Schon gedacht als Skull. Ich hab noch nie so viel Silo Fische angefunden, wie in deinem Fight-Projekt. Ist echt abnormal. Ach so, ich springe auch schwer. Da wird wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass du hast. Mhm. Super Fischung. Also ich hab's noch mehr bei der Woche jetzt auch nicht in der Woche, oder? Nein. Hopp, 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 hopp. Ich baue mir einfach auf random um, oder du? Mhm. Bist du ein Bord. Ja, du hast... Ja, du hast... Du hast immer so ein Luck. Wenn du mal die auf jeden Fall findest du im Filder. Ganz ins Filder, ja. Das stimmt. Ja, Iron Maul, oder? Ich könnte den Ambus zwar craften, aber... Ich könnte ja zwar ein Schwerterkraft mit dem Ambus in den Scherber zwar draufschnecken. Du willst jetzt der Redstone in Levels? Ja, warte mal. Ob, ey. Da kann ich schon wieder was kann, weißt du? Ja. Und der nächste... Crafting-Table. Naja. Oh, nein. Da ist einfach nicht mehr. So, nein. Ja, kann ich meine Levels mitnehmen? Aha. Ich bin ja wieder full zu free, dann sind wir da. Ja. Ja, ich hätte gesagt, da hau ich da mal hin. Ah, sonst kannst du immer austauschen mit... Was ist da drauf raus? Ja, ja. Schau dir. Tick, tick, tick. Sonst wird es andern so full mit Cobblestone, oder? Ja. Wie wollte ich fragen? Ja, irgendwie muss man Licht machen, gell? Mhm. Das kann wegschmeißen. Ja, ist wurscht. Das wird ziemlich nur falsch sein. Ich könnte so eine Kiste hinbauen, aber... Oh. Amorad, Amorad. Mal kurz überlegen. Braucht man denn sowas? Haben sie? Ja, ich hab sie. Einen oder einen? Müsst du es jetzt schon zweit machen, oder? Ja, hab ich zweit. Achso. Aber ich meine, er hat nur noch ein Jahrzehnt gespielt. Ja, das sind meistens nur Einsen zum Anfangen. Ehe das, okay. Ja. Tick, tick. Schon wieder nicht geschaut, wie lange wir... Ah, waren wir einen Timer gestaltet. Wie lange wir noch haben. Ja, oder? Ja, so. Aber mein Plan zur Zeit ist nicht zurück, gell? Also... Ich hab ja alles mitgenommen jetzt, ne? Das heißt, ich baue mich einfach da um und an. Und ich hoffe, ich hab kein Problem mit der Border irgendwann. Weil ich glaube, ich bin ziemlich am Rand irgendwo. Ja. Wahrscheinlich. Glaube ich. Ja, langsam könnte man wohl wieder nachdenken. Ich brauche jetzt eh nicht mehr so viel. Also, umso mehr, umso besser ist es natürlich besser. Ja. Ah, was labert er. Ja. Ja. Aber... 4D wäre ja noch. Wie lecker ist es eigentlich? Aber... So viel lecker ist es einfach mal. Wie lecker ist es nicht. Wie lecker ist es eigentlich? Wie lecker ist es eigentlich? Wie lecker ist es eigentlich? Und dann bin ich 4D und so lecker ist. Genau. Ich bin wieder das Gerache. Ja. Der Name ist halt mit, die Levels. Ja. Zack, zack. Zau. Ja, ich kann zwar mal wieder schauen, ob ich Stufe 11 bin, aber... Geht schon Spaß. Und wie weit du neben der Border bist. Ja, ich weiß ja nicht, weil ich keine Art mit Border hat. Okay. Ja. Freue mich schon, dass ich im Kranken. Ich glaube ich erlauben. Aber noch bei den Kranken. Oder nicht. Hm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich baust du genau vom Tier... Genau in die andere Richtung. Genau, ja. Wir sehen uns gleich. Ja. Was gibt es denn da? Ja. 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 Wie das ist einfach was ich heute wegwerfen habe. Liegt dann der Version, das muss man einmal auch wieder wissen. Husten. Ich glaube da ist echt klar, wenn du mir ja. Ja. Boah, den nehmen wir mal kurz, weil ich das schon gesagt habe. Das ist weiter vorne nicht. Dass man da irgendwann nachlatscht. Von denen war. Hahaha. Ich snecke eigentlich die ganze Zeit, also sie schafft mich höchstens zu finden, wenn sie mal voll ist. Es wäre ja ein Kurado, der was erlarscht würde, trappen gehen, da würde ich lieber zwei Team trappen gehen, ja wohl, ist halt risky, 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 du hast fixen wir lauter. Ja, jetzt wird es schon lauter. Hey, das ist eine Höhle, nice, wenn da jetzt wieder ein Treeper kommt, wird es mich nicht wundern. Nein. Das ist so. Hey, da warst du mal. Hey, da bin ich mit dem Enderman, oh, jetzt bin ich da in der Höhle, lor, hey, bin wieder zurück, quasi, quasi. Hast du Gold, 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 Gold? Ja, das brauche ich sogar. Eigentlich brauche ich Äpfel noch. Hey, jetzt bin ich eh wieder da. Lange ist her. Gefühlt ewig, aber eigentlich nicht. Ich glaube, ich gehe trotzdem wieder zu, weil dann bin ich auf Stufall. Bist du halt gerade auf Stufall? Ja, da bin ich noch nicht sicher, dass ich mich noch runterdrehe. Ja. Wir gehen da noch, schau. Hahahaha. Darf sich das auch schneiden? Hahahaha. Oh, das soll ich da bleiben. So. So. Ja, da muss ich was schauen, ob ich schon so. Ja. 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 So. Ja. Alter Schwede. Was für ein Krieg. Hahaha. Jetzt war ich schon zwar spürig. Noch eine Höhe. Hast du viel Osterhassen gegessen? Ja. Die Konfettoren. Wo kommen die Lava? Von oben, von unten. Hm. Nächste. Ah, hier ist eine Schlucht. Da unten ist Lava. Hm. Emerald. Embolion. Ah, da ist jetzt so eine riesen Schlucht, die Lava ist. Ah, ich wusste auch, ich kann die nennen. Mhm. Das war echter riesen Schlucht. Oh. Hahaha. Riesen vielleicht auch nicht. Weg mit Haki. Ja. Da sind immer die jetzt von diesen Sonnig zugeheckt. Aber das ist alles eine Einwildungssache eigentlich. Hätte er umgezogen. Das riecht alles ein, oder? All Forces. Das ist ja so geil gewesen. Und die mitten in der Lava, Alter. Das wäre echt geil gewesen. Ja. Ja. Er ist ja perfekt. Ist ja echt ein bisschen. Ja. Oh, du bist ja aufgeschaut. Hallo Krista. Normalerweise müsstest du mit zwei. Oh. 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 Oh, der ist doch mal schön. Mit zwei. Ich hab jetzt nur zwei also. Ja. Ja. Da ist doch ein Diego. Ach, das ist echt ein Diego. Das ist echt ein Diego. Du hast echt einen Diego. Du hast einen Diego. Den Tick musst du mal haben. Ich hab ihn. Boah. Noch einmal so schlange Diego nicht. Aber da unten war ja Hürde. Mh. Also da drüben. 30 Sekunden. Schwier. Ah, auch 60. Ja dann gehen wir mal da oben schauen. Ja dann gehen wir mal da oben schauen. Mhm. Ich hab nur die Hose gekriegt, einen Spot, nein, zwei Spots, nein, da siehst du für 11, oder? Die auch. Ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, dass das Wasser am Fahrrad zu Lava geht, bevor es über das FC und den Ring von den Ziegen geht. Ja, weil es bergab geht und Wasser sucht immer, dessen erstes Loch bergab. Was hat er da? Ja, ich suche nicht, dass es klappt immer. Ja, ich suche nicht. Ich suche nicht. Ich suche nicht. Ich suche nicht. 4, 3, 2, 1. Jo. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, geht den Daumen um. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Do. Ciao. Bye. 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 curios. soziale instale.